Damit die Regierung nicht einfach machen kann, was sie will, braucht es eine starke Opposition, die den Finger auch mal in die Wunde legt. Es ist meine Überzeugung, dass Politiker stets ihrem Gewissen verpflichtet sein sollten. Ich möchte von ihnen gewählt werden, weil ich meinen Werten treu bleibe, aufrichtig bin und weil mich ihre Meinung wirklich interessiert. Im Bundestag möchte ich mich aktiv für ihre Anliegen einsetzen, denn völlig egal, ob Landwirtschaft, Mittelstand, Umwelt oder Infrastruktur, es gibt genug Themen, die unter den Nägeln brennen. Und während selbst die CDU und die FDP ihre Ideale längst verraten haben und einer grünen Utopie folgen, bleiben wir von der AfD standhaft und halten traditionelle Werte hoch. Sozialismus hat noch niemanden weit gebracht. Also, seien Sie schlau und wählen Sie blau. Ihre Marie-Therese Kaiser